So Leute, damit geht's nun weiter mit unser Projekt Hexet zum zweiten Part. Heiß ich euch herzlich willkommen und euch einen schönen Sonntag wünsche ich übrigens. Genau, wir sind ja hier gestern stehen geblieben bei, ja, so einem komischen Klotz. Oh, da ist schon das Vieh, warte mal, den greifen wir gleich an. Ich wollte aber noch mal kurz was gucken vorher. Ähm, die Zauern sind, hab ich gemerkt, im letzten Part sind ein wenig zu laut. Wir machen die mal auf 10%. Und jetzt würde ich sagen, geht's los, warte mal. Wir müssen uns noch, ja, ist wieder früh am Morgen, weil es ist halt die beste Zeit und jetzt machen wir uns auf den Weg und erobern die Burg oder, ja, was auch immer das sein soll. Oh nein, aah, ja, warte mal, mach dich mal nützlich. Genau, wir dürfen ja keine Tiere killen, aber die Challenge ist ja nur, wir dürfen sie halt nicht, wo ist das Zeug jetzt hin, ach da. Äh, die Challenge ist ja nur, wir dürfen sie halt nicht bewusst killen. Wenn jetzt ein Creeper oder so die killt, dann ist das was anderes, genau. Alter, hallo, sag mal, wo kommt denn die, ja, alle her hier? Och man. Ja, komm mal her, mach dich nützlich. Komm. Mach dich nützlich. Genau. Ha! So kann man auch Essen kriegen, ne? Trotz Challenge. Naja, ähm, ja, lol. Okay, der war unerwartet. Ähm, ich hoffe, die Zaun sind jetzt ein bisschen leide. Was ist denn das für ein Krach da draußen? So, was ich vergessen... Komm her hier. Ich hab was vergessen, nämlich. Der hat einen Bogen, der kleine Wichser. Fackeln, nämlich. Mann, ey, wo kommt ihr denn alle her, hier? Ho, ho. Kurz vorm Explodieren war er. Aber wir haben doch noch Fackeln. Na gut, 16 Stück. Ähm. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Creeper-Spawner ist, aber... Ich hab keine Ahnung. Ja, na klar, mach mir die Fackeln kaputt, du Missgeburt. Hier ist gar nichts. Wo kommen die alle her? Nein. Ich hab ja keine Spitzhacke. Für die Spawner. Scheiße, ich hab mir keine Spitzhacke gemacht. Ho, wie viele Spinnen sind denn hier? Ja, jetzt spielt Hexit wieder verrückt. Diese Drecksgames. Ja, guck, jetzt spielt Hexit wieder verrückt. Das meine ich, denn stehen alle... Das ist wie auf dem Server damals. Ich bin gleich tot, ne? Jetzt spielt Hexit verrückt. Ne, jetzt bewe... Hä, die Zombies bewegen sich, aber die nicht. Ne, jetzt bewegen sie sich wieder. Hä? Das war wohl grad ein Mega-Lag. Warte mal. Achso, mein Brot hat er ja gegessen. Mann, wo kommen denn die ganzen Zombies her? Kann das sein, dass es da dunkel ist? Warte mal, ich glaube... Ich weiß nicht, ob die Zauns... Nicht, dass die echt zu laut sind. Ne, dürften eigentlich nicht. Zehn Prozent hab ich da eigentlich immer. Mann! Sag mal, wie viele Zombies sind denn hier drinne? Ha, ha, ha! Alter! Boah, jetzt kann ich diesen Scheiß... Ja, ich kann diesen... Wisst ihr was? Wir müssen uns... Was hab ich eigentlich für Scheiße? Wir müssen uns sortieren. Moment. Äh, wir müssen... Also, wir müssen uns tatsächlich... Ich hab keine Stöcker mehr. Wir müssen uns tatsächlich... Äh, ne Spitzhacke machen. Weil... Die Spawner. Guck, hier haben wir doch schon wieder was. Tin. Was ist ein Tin? Sin, wa? Sin ist das da. Genau. So, wir lernen unsere... Äh, Sachen einfach mal hier. Was wir einfach mal nicht brauchen. Ganz komischen Blumen hier. Was will ich damit? Ähm... Ja, das... Die Werkbank nehmen wir wieder mit. Warte mal, das Ding können wir eigentlich auch wegschmeißen. Diese komische, äh, Hacke hier. Naja. Brauchen wir nicht. So. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Mal gucken, wo es hier noch so... Was es hier noch so gibt. Alter! Hat er mich erschrocken, ey. Sorry. Oh, da sind noch mehr, grüne Wichser. Wo kommen denn... Da oben! Heiliger! Das ist doch langweilig hier mit euch. Nein! Wie viele denn noch? Ist jetzt mal Schluss! Oh, ich hab' ich ja vermisst. Mann, wie viele kommen denn da noch? Wie viele? Oh, ne, nicht sowas hier. Der kriegt doch sau wenig... Herz. Sorry, dass ich grad so still bin. Mann, Alter, was ist denn das da? Ich komm ja nicht weiter. Zu viele. Schwerter sind auch gleich weg. Ja, mach' es noch dunkler. Spawn noch mehr. Ey, das ist doch nicht normal, oder? Ne, das ist nicht normal. Ne, ich renne da jetzt durch zum Spawner, Alter. Fickt euch! Das war diese Scheiße, ne? Da sind die ganze Zeit gespawnt, ey. Kommen wir hier gar nicht mehr vorwärts. So, sagen wir mal ein bisschen. Ne, die müssen von woanders kommen. Die müssen von irgendwo anders her kommen. Ja, 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 ihr Fotzen. Renn raus! Zu viele! Nein! Renn! 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 Alter! Aber ich hab' die Spawner, aber ich hab' kein Essen mehr. Scheiß. Doch, ich könnte mir was brennen. Herz! Gib mir! Okay. Nein, der kann heilen, der Wichser! Der muss sterben hier, der Heiler. Der Heil! Was? Oh! Ne! Oh, danke! Na gut, hier wär' auch ein Eingang gewesen. Ja, okay, fick dich halt dann nicht. Klipp! Unnötig! Warte mal, aber ich hab' hier gesehen, hier sind... Nein! Ich hab' doch kaum Leben, ich Idiot! Setz die Hose, Mann! Ich hab' aber, äh, mit Sharpness 2 ein Schwert. Das ist gut. Alter, was geht denn hier ab, Mann? Das sind mir zu viele hier. Diese Viecher sind auch nervig hier. Nein, ich bin doch gleich weg. Ich hab' kein Essen. Ich muss... Okay, ich muss das essen. Wo kommt denn der her? Der ist gespawnt einfach. Der Cheater. Mann, Creeper, jetzt hau' doch mal ab, Alter. Der hier, ne? Okay, danach müssen wir erst mal... Ich hab' halt nix zu essen. Also doch schon, aber... Ich weiß nicht, wo ich das brennen soll. Mann, ey, nervt doch jetzt, Alter, nicht hier. Diese Zombies gehen mir nur auf den Nerv. Die anderen Viecher... Die müssen wir ja erobern hier. Ich weiß gar nicht, was das für vier Tiere sind. Warte mal... War da unten nicht noch ne Kipp? Da war da noch irgendwas anderes drin. Ich hab' irgendwas gehört. Ja, gucke hier. Keine Ahnung. Schuhe. Keine Ahnung, was das für Schuhe sind. Nimm einfach. Nimm einfach. Okay, jetzt können wir weiter. Sind wir wenigstens ein bisschen equipped, ne? Ne Uhr, weiß ich nicht. Von wo schießt der? Ich weiß es nicht. Hier, renn einfach mal. Einfach mal... Hau doch mal ab, du... Du kleiner Ver... Oh, nein. Nein. Der killt mich locker. Der killt mich easy. Ja, ja, ja. Ich muss weg hier. Nee, ich brauch' Essen, Alter. Der killt mich. Wo... Wo... Da schießt irgendwo ein Unsicht... Wisst du, was wir machen? Wir machen das jetzt ganz anders. Warte mal, wir gehen noch mal raus. Und am besten... Äh... Wir gehen von oben rein. Halt. Wir... Wir... Ja, wir bauen uns halt quasi... Irgendwo rein. Weil... Wir gehen dann von oben nach unten. Ich glaub', das ist besser, weil... Ich... Ich weiss es nicht, aber... Oh. Wollte ich gar nicht. Ach, mit R kann man? Cool. Kann man gucken, wie es gecraftet wird? Wusste ich auch noch nicht. Cool. Okay. Ähm... Wir bauen uns erstmal einfach mal rein, ne? Am besten so eine Treppe, würde ich sagen. Das war auch irgendwie... Falls wir runter wollen. Äh... Ne, ne, ne. Warte, 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 warte. Böses Kies. Böses Kies. Genau. Ähm. Äh... Guck mal, haben wir ein bisschen... Bisschen Nerven gespart. War... Äh... Leben leider nicht, ne? Hahaha. Warte mal, vielleicht kommen die ja raus, die Wichser. Ich hab halt... Ich muss mich erstmal regenerieren. Vielleicht kommen sie ja raus. Hallo, komm doch mal rüber hier. Hallo. Oh, ist der dumm. Okay. Oh. Der hat... Der hat einen Bogen hier, oder? Ne, das ist der Scheiß-Skelett. Ne, der ist das. Oh nein, scheiße. Da komm ich jetzt nicht gegen an. Oh, ho, ho, ho. Du Arsch, Alter. Komm her hier, du kleiner Mistgeburt. Oh, Leute. Er killt das Skelett. Damit machst du mir aber mehr... Wenige... Nein, da kommt wieder dieser komische Getunte. Das ist der Getunte, aber wenn man die killt, dann kann man richtig geile Items kriegen. Ja, nicht mehr. Oh nein, Mann. Ne, der... Der... Der killt mich. Ja, der killt mich. Warte mal. Mann, der mit dem Bogen da. Aber warte mal, der ist jetzt unten. Da können wir den erstmal in Ruhe killen. Ja, ne, gegen den komm ich... Warte mal, ich hab doch auch einen Bogen. Mit Feuerpfeilen, haha. Oh, der ist geil. Ey, der ist ja mal mega geil, der Feuerbogen. Oh. Ne, gegen dich verschwende ich den nicht, du blödes Skelett. Gegen dich aber. Nein. Du kleiner Spast. Wo ist mein Essen? Mein Essen. Wo bist du? Da unten. Ey, der ist fast... Der ist gleich tot. Stürmen! Cool, wir haben ihn. Dank des Feuerbogens. Oder... Naja, ist ja kein Feuerbogen, aber der hat Feuerfeilen. Der... Der ist natürlich nicht schlecht, ne? So, hier sind wir gleich... Oben. Ich glaube, da erwartet uns ein Boss oder so. Ich glaube. Dann schau doch mal ab hier, du gehst mir auf den Sack. Aber ich würde mich trotzdem erstmal gerne... Regenerieren. Ja, das ist... Mit dem Essen ist das halt doof. Da kannst du dich nicht regenerieren. Und wir kommen da jetzt auch gar nicht rein. Oder? Ach du Scheiße. Hallöchen. Störe ich irgendwie bei der Party oder so? Nicht für ungut. Ich... Mach, 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 mach. Okay. Okay. Noch ein Spawner, ey. Mit dir haben sie es aber. Oh ne, ein Skelett-Spawner. Die Dinger konnte ich noch nie leihen. Nein, wie viele Skelette sind denn hier? Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Getuned dabei. Dann bin ich am Sack. Bau, 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 bau. Du schon wieder hier, ja? Okay, wir sind... Ich glaube, gleich oben. Können wir mal mitnehmen hier. Wir gucken in Ruhe nächstes Mal nach. Was wir für geile Sachen haben. Jetzt müssen wir erstmal hier... Okay, wir haben ziemlich viel ausgeladen. Bisschen gescheatet, aber... Nein, mir nervt es halt einfach nur mit diesen Scheiß-Zombies. Das ist so ätzend. Habt ihr gesehen, wie viele da kommen? Oh, runter! Alter! Alter! Das sind Diatypen. Kenn ich irgendwo, ja. Diatypen. Das ist der Boss, ne? Ja, das ist der Boss. Ey, den haben wir den Boss gekillt. Oh nein, die haben... Nein, die haben Schilder. Die haben Schutzschilder. Alter, mein Mauspad hat sich schon voll verschoben hier. Runter mit dir, du Mistgeburt. Komm her, Mann. Du hast kein Schild, ne? Kannst du sowas nicht leisten? War zu teuer bei Ebay. Okay. Ey, wir haben... Ja, wir haben tatsächlich den Boss gekillt. Hat der überhaupt ein Item gedroppt? Ne, irgendwie nicht. Gut. Wir haben die Burg erobert. Die machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Ne, oder im nächsten Part sortieren wir erstmal unsere Items. Und ich würde gerne ein Bett irgendwie haben, weil... Wenn ich sterbe, dass ich denn nicht... Äh, da spawne, wo... Wo wir halt unsere, ähm... Unseren... Unseren Spawn halt haben, ne? Aber ich würde sagen, der Part, äh... Wir beenden den Part jetzt erstmal. Ich würde erstmal, äh... Lol. Da lebt noch einer. Ich würde sagen, wir beenden den Part jetzt erstmal. Die Thronen haben wir alle gelootet. Aber ich weiß, die Burg haben wir nicht komplett. Bisschen schade. Wo ist denn jetzt unser... Aha, du hast dich verschoben. Scheiße, hier vorne. Den killen wir jetzt noch. Ja, wir müssen den von der Seite angreifen, sonst, äh... Taugen die Dinger, äh, nichts. Die Sch... Oh man, so eine Pussy. Mit seinem Scheißschild. Nein, der hat mein... Ne, keine Chance. Der dreht sich und dreht sich wie so eine Spirale nach oben, Alter. Komm doch mal her jetzt hier. Warte mal, haben wir... Wir haben kein Schwert mehr. Scheiße, na gut. Tschüssi. Äh, wir sehen uns nachher nochmal, würde ich sagen. Oder, äh, morgen im nächsten Part. Leute, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier so... ...ne kleine Basis auf. Weiß nicht, wie viel Zeit ist denn noch? Bisschen Zeit haben wir noch. Naja, na gut. Na gut. Part ist auch gleich vorbei. Ich würde sagen... Wir haben keinen... Okay, äh, ich würde sagen, wir sortieren morgen mal unsere Sachen. Das kann doch nicht alles sein. Alter, unsere Sachen sind fast kaputt, ne? Okay, ich würde sagen, wir sortieren morgen unsere Sachen. Und ich glaube, wir müssen, ähm, nochmal zurück zum Dorf. Wo ist denn das Dorf nochmal? Auf der Karte. Wir gucken mal ganz kurz. Warte mal, hier sind wir. Hier war der Friedhof, ne? Mit der Statue. Das ist das Dorf? Das ist das Dorf, genau. Da müssen wir nochmal zurück. Wir haben ja zum Glück eine Karte. Weil nicht, das war hier nochmal spawnen. Hier ist ja unser Spawn gewesen. Genau, wir werden dann morgen nochmal zum Dorf reisen, würde ich sagen. Und erholen uns Wolle, das wir am Bett haben. Und wir können dann auch ein paar andere Sachen, glaube ich, mitnehmen. Wir haben da ja noch was liegen gelassen. Und bauen uns hier unsere Basis auf. Und dann... Oh, da ist ja noch ein Dorf. Ich glaube, wir müssen gar nicht zurück. Aber wir haben ja da, ähm, noch... Werden wir sehen, wie wir das machen. Wir haben ja hier im Dorf noch andere Sachen liegen gelassen, weiß ich. Jaja, wir haben... Doch, wir haben... Dann noch, äh, diese Truhe, wo wir diesen Bug hatten. Wo wir zurückgesetzt wurden. Diesen Dearsingner, ne? Genau. Ne, da können wir dann trotzdem zurückgehen mal. Hier wird erstmal unsere kleine Clanbase. Oder wir können ja auch im Dorf erstmal ziehen. Ich glaube, das machen wir dann auch. Dann ziehen wir im Dorf. Genau, genau. Dann nehmen wir morgen... Gehen wir morgen ins Dorf zurück erstmal. Und dann gehen wir nochmal in dieses Dorf. Und ziehen da ein. Und dann... Äh, im vierten Part, würde ich sagen, äh, machen wir diese Burg hier klar. Also denn... Und mal gucken. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen dann. Also schaltet wieder ein. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.